Hallo, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine wunderschöne Kopflampe für euch und zwar geht es um die Kiansky HS7R mit zwei unterschiedlichen LEDs. Da haben wir zum einen das Spotlicht mit einer SFT70 LED, 2800 Lumen im Turbo-Modus bei 8649 Candela und dann haben wir hier unten das Flutlicht mit zwei Osram P9 LEDs, 2000 Lumen der höchsten Leuchtstufe bei 2070 Candela. Ja, wenn ihr wissen möchtet, was die Lampe hier so drauf hat, dann bleibt einfach mal dran. Ja, an der Stelle geht erstmal ein Dankeschön an die Firma Kiansky raus, die mir diese Taschenlampe für das heutige Video zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür. Ja, geliefert wird die HS7R im ansprechenden Pappkarton. Hier mit Magnetverschluss. Gefällt mir schon mal richtig gut. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir hier alles so mit im Lieferumfang dabei haben. So, da haben wir hier zum einen eine Garantiekarte. Bei Kiansky gibt es ja fünf Jahre volle Garantie. Das ist auch schon mal ein Wort, wie ich finde. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Auf der einen Seite komplett auf Englisch. Ihr seht auch die einzelnen Leuchtstufen der Lampe, aber da gehe ich ja wie immer gleich im Detail noch genau drauf ein. Ja, und auf der anderen Seite auf Chinesisch. Das ist aber wie so oft nicht weiter schlimm, weil die Bedienung der Lampe ist wirklich denkbar einfach. Wenn man sich damit mal drei, vier, fünf Minuten beschäftigt hat, dann weiß man im Prinzip, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann haben wir hier noch so ein Nylon-Tragetäschchen, sage ich mal. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ein USB-A auf USB-C Ladekabel. Zwei Ersatz-O-Ringe. Und dann haben wir hier die HS7R. Steckt schon hier in der Edelstahlhalterung drin. Das Stirnband ist wirklich ganz weich und angenehm zu tragen. Macht einen richtig hochwertigen Eindruck. Also vom Tragekomfort her würde ich fast behaupten, sind die Kiansky-Stinnbänder oder Kupfbänder mir mit Abstand am liebsten. Ja, dann könnt ihr hier vorne die Lampe einfach rausclipsen. Es geht relativ einfach. Oder auch wieder reinmachen. Hier sitzt die Lampe bombenfest drin. So könnt ihr halt den Leuchtwinkel einstellen, wie ihn gerade benötigt. Ja, außerdem mit im Lieferumfang haben wir hier noch einen hauseigenen Kiansky 21700er Akku mit 5000 mAh. Hier haben wir auch wieder Kiansky-typisch die USB-C Ladebuchse. Gefällt mir immer richtig gut. Dann leuchtet hier neben dem Pluspol während des Ladevorgangs eine LED-Rot. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, halt dementsprechend dauerhaft grün. Ja, verarbeitungstechnisch, wie immer bei Kiansky, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Anolisierung fühlt sich richtig hochwertig an. Hier gibt es keine scharfen Ecken oder Kanten, die mich in irgendeiner Form stören könnten. Also ich habe euch ja schon einige Kiansky-Taschenlampen vorgestellt. Von der Seite ist wirklich alles in bester Ordnung. Das Gewinde ist sauber geschnitten, leicht gefettet. Vergoldete Feder in der Endkappe. In der Endkappe ist übrigens ein starker Magnet verbaut. Das macht die HS7R natürlich wesentlich vielseitiger einsetzbar. Ja, dann haben wir hier nochmal eine USB-C Ladebuchse. Das Ganze sieht dann so aus während des Ladevorgangs. Der löschtet hier oben im Schalter, im Kopf der Lampe, während des Ladevorgangs ein LED rot. Wenn dieser voll aufgeladen ist, halt dementsprechend grün. Der Schalter ist gummiert, lässt sich super drücken, hat einen prima Druckpunkt. Alles wunderbar. Ja, dann gibt es außer dem Schalter hier oben am Kopf der Lampe noch einen Seitenschalter aus Aluminium. Mit diesem schaltet man die beiden Osram P9 LED oder LEDs fürs Flutlicht ein. Mit dem gummierten Schalter hier oben am Kopf der Lampe, halt das Hauptlicht oder Spotlicht mit der SFT 70 LED, 2800 Lumen bei 8649 Candela. Ja, wie eben schon erwähnt, haben wir hier die zwei Osram P9 LEDs fürs Flutlicht, 2000 Lumen im Turbo-Modus bei 2070 Candela. Das Besondere an der Lampe ist hier, das gefällt mir übrigens richtig gut, denn das Spotlicht verfügt über ca. 6500 Kelvin, also sehr kaltweißes Licht und das Flutlicht mit den beiden Osram P9 LEDs liegt bei 4000 Kelvin, also eher warmes Licht. Wie das Ganze sich verhält, das zeige ich euch natürlich im Laufe des Videos noch genau. Von der Optik her wirklich eine wunderschöne Taschenlampe, wie ich finde. Ja, ich würde sagen, wir kommen erst mal zu den Maßen der Lampe. Die Länge liegt bei 104 Millimeter, der Durchmesser am Lampenkopf liegt bei 32 bzw. 26 Millimeter und am Griffstück liegen wir bei 25 Millimeter und 30 Millimeter an der Endkappe. Das Gewicht ohne Akku liegt bei nur 68 Gramm. Mit 21700er Akku sind es 142 Gramm. Das Gesamtgewicht inklusive Sternband liegt bei 215 Gramm. Die Fallhöhe bei der HS7R ist mit 2 Meter angegeben, also sollte euch die Lampe wirklich mal auf den harten Boden oder wie auch immer runterfallen, sollte mal abgesehen von bei äußerlichen Kratzer oder Schrammen die Lampe trotzdem noch funktionieren. Wasserdicht nach IP68 Zertifizierung bis zu 2 Meter Wassertiefe. Die Leuchtweite ist im Spotlicht mit 186 Meter angegeben und im Flutlicht mit 91 Meter. Ja, insgesamt hat die HS7R vier Leuchtstufen im Spotlight und vier Leuchtstufen im Flutlight. Ich würde sagen, die gehe ich jetzt im Einzelnen mal mit euch durch. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Spotlight mal an. Also da kommt ihr in die niedrigste Leuchtstufe, wenn ihr den Schalter hier oben drückt und gedrückt haltet. Das ist jetzt die niedrigste Leuchtstufe, in dem Fall Low-Modus mit 50 Lumen für angegebene 100 Stunden. Leider gibt es bei der Lampe keinen Moonlight-Modus. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe die Firma Kijansky diesbezüglich auch schon angeschrieben. Ich habe bisher noch keine Antwort erhalten, aber meistens dauert das auch drei, vier Tage, bis dann mal eine Antwort kommt und habe gebeten, halt die Lampen in Zukunft alle mit einem Moonlight-Modus auszustatten, weil es ganz einfach von den meisten Leuten gewünscht wird. Ich bin mal gespannt, was sie mir antworten. Ich werde euch natürlich diesbezüglich dann mal auf dem Laufenden halten. Ja, dann geht es weiter mit dem Medium-Modus. 200 Lumen für angegebene 26 Stunden. Ich sehe jetzt am Lichtbild kalt-weißes Licht. Dann geht es weiter mit dem High-Modus. Das ist schon richtig mächtig hell. 800 Lumen für angegebene 6 Stunden. Dann haben wir den Turbo-Modus. 2800 Lumen für ca. 45 Sekunden. Danach regelt die Lampe dann runter auf 800 Lumen. Also das ist schon brachial hell. Ihr seht es schon einmal an der Handinnenfläche hier. Die Lampe ist wirklich richtig, richtig hell. Das werdet ihr auch später bei den Praxisaufnahmen bei mir im Garten noch genau sehen. Ja, um jetzt von dem Spotlicht in das Flutlicht zu schalten, könnt ihr entweder die Lampe ausschalten und schaltet dann das Flutlicht über den Seitenschalter ein. Oder ihr könnt aber auch, wenn ihr im Spotlight seid, einfach den Seitenschalter drücken und halten und so wird automatisch zwischen Flutlicht und Spotlicht umgeschaltet. Also wenn ihr jetzt im Flutlicht seid, so wie ich jetzt, und ihr wollt in das Spotlicht, drückt ihr halt hier oben den Schalter. So könnt ihr halt ruckzuck umschalten. Auch eine coole Sache, finde ich. Ja, jetzt sind wir im Flutlicht mit den zwei Osram P9 LEDs. Low-Modus mit 15 Lumen. Auch hier gibt es leider keinen Moonlight-Modus für angegeben 140 Stunden. Dann geht es weiter mit medium 100 Lumen. Für angegeben 48 Stunden. Dann haben wir den High-Modus mit 500 Lumen. Für angegeben neuneinhalb Stunden. Es kommt auf der Kamera leider gar nicht so rüber. Das Licht ist wirklich ziemlich warm, im Gegensatz zum Spotlicht. Aber ich glaube, das fällt so gar nicht auf. Ich schalte gleich nochmal um. Mal gucken, ob es... Ich mache mal das Licht aus und dann sehen wir mal, wie sich das Ganze dann verhält. Ja, dann haben wir noch den Turbo-Modus. 2000 Lumen. Ja, die Lampe ist wirklich brachial hell. Schaut euch das mal an hier. Auch für ca. eine Minute. Danach wird die Leuchtstärke dementsprechend nach unten geregelt. So, wie gesagt, Flutlicht haben wir jetzt. Jetzt schalten wir mal das Licht aus. Vielleicht sieht man das dann besser. Also 4000 Kelvin. Jetzt schalte ich mal das Spotlicht an. Ich glaube, auf dem Video kommt es leider nicht rüber. Na ja, doch jetzt. Also Spotlicht. Flutlicht. 4000 Kelvin. Ich glaube, bei den Nachtaufnahmen werdet ihr das später noch eher erkennen können, als jetzt hier bei mir am Tisch. Lockout gibt es natürlich auch, wenn die Lampe ausgeschaltet ist. Jetzt drückt ihr einfach, egal welchen von den beiden Schaltern, für drei Sekunden. Die Lampe blinkt oder leuchtet auf. Blinkt jetzt zweimal. Und wenn ihr den Schalter jetzt betätigt, blinkt die Lampe jeweils zweimal auf. Und zeigt euch so an, dass diese gesperrt ist. Zum Entsperren auch wieder drei Sekunden drücken. Die Lampe blinkt zweimal. Und ist so ganz normal freigegeben. Das funktioniert, wie gesagt, auch mit dem Aluminium-Seitenschalter. Also drücken und gedrückt halten. Die Lampe blinkt zweimal. Und ist jetzt im Lockout. Zum Entsperren auch wieder drei Sekunden drücken. Und die Lampe ist ganz normal freigegeben. Eine Akku-Ladeanzeige gibt es auch. Und zwar, wenn ihr den Schalter hier oben einmal kurz drückt, leuchtet ihr jetzt hier in dem Fall eine LED grün für circa fünf Sekunden. Das heißt, euer Akku hat noch eine Kapazität zwischen 100 und 76 Prozent. Sollte die LED grün blinken, liegen wir zwischen 75 und 51 Prozent. Sollte die LED rot leuchten, liegen wir zwischen 50 und 26 Prozent. Und rot blinkend halt dann bei 25 bis 0 Prozent. Ja, alles in allem eine wunderschöne, leistungsstarke Taschenlampe. Aber ich kann es nicht anders sagen. Preislich liegt man hier allerdings aktuell bei AliExpress bei circa, also offiziell bei 170 Euro. Die Lampe ist zurzeit bei AliExpress im Angebot für 125 Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Preis etwas zu hoch. Euch wird es wahrscheinlich auch so gehen. Eine super Taschenlampe, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Aber preislich ist das schon eine Hausnummer. Das muss ich klipp und klar sagen. Ja, soviel zu den technischen Daten der Kiansky HS7R. Ich habe euch ja schon einige Kiansky Taschenlampen vorgestellt. Unter anderem auch hier die Kiansky K3 V2 mit 2000 Lumen. 700 Meter Leuchtweite. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Taschenlampe, wie ich finde. Macht richtig Spaß. Video dazu findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Ja, und hier habe ich meine absolute Lieblings-Stirnlampe. Das ist die Kiansky HS6R. Die liegt bei mir immer im Angelkoffer. Wir haben hier auch Spotlight, Flutlight, Rotlicht. Also wirklich universell einsetzbar. Eine ganz, ganz tolle Taschenlampe. 1400 Lumen. Ich habe die Lampe mal hier aus dem Koffer geholt. So sieht das Ganze aus. Also die ist wirklich, das ist mein absoluter Favorit in Sachen Stirnlampen. Rotlicht, Rotblinkend. Das ist schon sagenhaft. Spotlight. Wahnsinn. Wie gesagt, Video dazu findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Ich kann euch das alles mal hier in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich auch, wo ihr die HS7R bekommen könnt. Und wer Interesse an der Lampe hat, kann sich das Ganze natürlich gerne mal anschauen. Wer sich mit Kiansky Taschenlampen noch nicht beschäftigt hat, der sollte das auf jeden Fall mal tun. Ich bin absoluter Fan hier von Kiansky. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefallen die Lampen unheimlich gut. Sind absolut robust. Sind mir auch öfters schon mal runtergefallen und so weiter. Natürlich nicht diese, sondern die, die ich halt aktuell in Betrieb habe. Und da ist auf jeden Fall noch kein Ausfall zu erkennen. Gut, ich würde sagen, das soll es mit den technischen Daten soweit gewesen sein. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Praxisaufnahmen bei mir im Garten. Anschließend leuchten wir dann über meinem Haus oben nochmal das weiße Wasserhäuschen an. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Weiter geht es mit den Praxisaufnahmen der wunderschönen Kiansky HS7R Kopflampe. Hier oben haben wir das Spotlight mit einer SFT70 LED, 6000 bis 6500 Kelvin und 2800 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Und hier unten die beiden LEDs Osram P9 mit 4000 Kelvin und 2000 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Flutlicht an. Ich schalte die Lampe mal ein in der niedrigsten Leuchtstufe. Das Ganze sieht jetzt so aus. Low-Modus mit 15 Lumen. Dann geht es weiter mit Medium, 100 Lumen. Ich bin wieder bei mir hinterm Haus im Garten. Hier haben wir gerade Baustelle. Ja, dann geht es weiter mit dem High-Modus. 500 Lumen. Das ist schon richtig, richtig hell. Auch das Nachbarhaus in ca. 40 Meter Entfernung könnt ihr schon richtig gut erkennen. Schaut euch das mal an hier. Ja, wie gesagt, 4000 Kelvin warmes Licht. Ja, dann haben wir noch den Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Boah, das ist schon richtig, richtig, richtig hell. Wahnsinn. Ja, dann gehen wir mal in das Spotlight. Auch hier sind wir jetzt in der niedrigsten Leuchtstufe. 50 Lumen. Low-Modus. Dann geht es weiter mit Medium. 200 Lumen. Auch hier das Nachbarhaus wieder ohne Probleme erreichbar. Schaut euch mal an, wie hell die 200 Lumen schon sind. Also viel mehr Licht braucht man im Prinzip nicht. Ja, dann haben wir noch den High-Modus mit 800 Lumen. Wunderschön. Wie gesagt, 6000 bis 6500 Kelvin. Ja, und den Turbo-Modus. Boah, 2800 Lumen. Ich schalte jetzt noch mal um auf das Flutlicht. Dann seht ihr mal den direkten Vergleich zwischen 6000 bis 6500 Kelvin und 4000 Kelvin. Nochmal das Spotlight. So, ich werde jetzt nochmal den Standort wechseln. Da werden wir oben das Wasserhäuschen nochmal anleuchten. So, ich bin jetzt wieder im Flutlicht. Die niedrigste Leuchtstufe. 15 Lumen. Low-Modus. Dann geht's weiter mit Medium. 100 Lumen. Jetzt könnt ihr die Treppenstufen hier ein paar Meter vor mir schon richtig gut erkennen. High-Modus. 500 Lumen. Und den Turbo mit 2000 Lumen. Lampe leuchtet extrem breit aus, wie ihr sehen könnt. Auch wieder ein ganz tolles Lichtbild. Das sieht richtig, richtig gut aus. So, jetzt noch mal das Spotlicht. Auch hier die niedrigste Leuchtstufe. 50 Lumen. Medium 200 Lumen. Jetzt könnt ihr das Wasserhäuschen in ca. 20 Metern Entfernung schon richtig gut erkennen. Die Leuchtweite im Spotlicht ist übrigens mit 186 Meter angegeben. Ja, den High-Modus mit 800 Lumen nochmal. Das ist schon extrem hell. Und den Turbo mit 2.800 Lumen. Nochmal das Flutlicht. 2.000 Lumen. Hier ist die Leuchtweite übrigens mit 91 Meter angegeben. So, jetzt leuchten wir den Weg nochmal runter. Ja, ich glaube, ihr könnt das übernächste Nachbarhaus da hinten leicht erkennen. Das ist auch so um die 90 Meter von mir entfernt. Ja, viel weiter leuchtet die Lampe im Flutlicht auch nicht. Aber absolut ausreichend. Bei mir kommt es ja bei Kopflampen überhaupt nicht auf Leuchtweite an. Da spielt sich im Prinzip alles im Nahbereich ab. Ich sage mal von 50 Zentimeter bis, ja, vielleicht 20 Meter oder so. Viel weiter muss für mich eine Kopflampe im Prinzip nicht leuchten können. Aber jetzt auch hier nochmal das Spotlicht. Niedrigste Leuchtstufe. Medium. High. Und Turbo. Boah, das ist schon richtig, richtig, richtig hell. Schaut euch das mal an hier. Da unten seht ihr mein Hausdach. Oh, die Hecke ist ganz schön hoch geworden. Die muss ich zunächst auch mal schneiden hier. Leuchten wir hier nochmal runter. Also mal wieder eine super Taschenlampe von Kiansky. Ich habe euch ja mittlerweile schon einige vorgestellt. Für diejenigen, die sich mit Kiansky noch nicht beschäftigt haben, denen kann ich das nur empfehlen. Das sind wirklich sehr hochwertige LED-Taschenlampen. Ihr könnt euch ja die Videos zu den einzelnen Kiansky-Taschenlampen gerne auf meinem Kanal mal anschauen. Falls ihr Fragen habt oder mal einen Kommentar da lassen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ja, ich denke, das soll es mit den Praxisaufnahmen der Kiansky HS7R gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert doch meinen Kanal, unterstützt mich etwas. Ja, ich würde sagen, das war es für heute und bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde sagen, die sage, dass ich